Spiele beim Laser Minecraft Diesen Satz müssen wir jetzt erstmal wirken lassen, denn eventuell hat er was mit dieser Map zu tun. Er steht zumindest unter der Map auf der Downloadseite. Vielleicht können wir damit ja was anfangen. Vielleicht landen wir plötzlich in der Minecraft-Welt vom Rahmschnitze, oder von der Honeyball, oder vom Gronkh, oder vom Debitor, oder in Miner, oder in ganz anderen Welten. Wir spielen aber Portal 2 und nicht Minecraft. Wir sind dabei der Rahmschnitze und ich, wie immer. Und wir spielen... so sagst du nichts. Das irritiert mich unfassbar. Wir spielen zu viele Türme von Color of Black. Ich fand das gerade so schön, was du dir erzählt hast. Ja. Ja. Wir spielen zu viele Türme von Color of Black 978. Ja. Glaubst du, der ist im Jahr 978 geboren? Ähm... Das macht ja ansonsten gar keinen Sinn, die Zahl. Nee. Muss ja eigentlich so sein. Ich... also 978, das ist schon eine Weile her. Ja. Hat der eine Zeit, um sich die Map hier auszudenken? Da hat der einiges mitgemacht. Vielleicht sind da ja noch Original-Mittelalter-Burg-Systeme mit eingewasselt. Ja. Wobei, der war ja auch schon ein paar hundert Jahre alt. Boah, weil ich dich das da alles noch merken konnte. Der sieht aber doch ganz gut aus auf dem Foto. Ja, das ist eine gute Sonnencreme, die er da aufgetragen hat. Ja. Gut. Ich würde aber sagen, wir schmeißen uns hier einfach mal ins Getümmel zwischen die zu vielen Türme. Zwischen die Türmler. Ja. Und halten den Vier-Wort-Satz fest, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Spiele beim Laser-Minecraft. Doch, ich habe ihn noch. Ach, ich bin stolz. Ja. Auf mich. Manchmal läuft es. Ja. So. Äh, spielen. Ja. Hallo. Na? Nein. Alles klar, Herr Kommissar? Ja. Mit mir ist alles dufte. Mit mir auch. Stich vor dufte. Äh, hier ist... Aua. Hier ist Aua. Äh, wie hieß das nochmal hier jetzt? Äh, zu viele Türme. Ach, stimmt. Ich sehe aber keine Türme. Oder meinte das hier? Oder das dahinter? Oh, hier ein Prisma und ein Würfel. Auf jeden Fall ist das alles ziemlich groß hier. Ein Prisma und ein Würfel. Das passt zu unserem Charakter. Was? Wo? Du meinst, wir haben einen großen Charakter. Wir sind große Charakter der Geschichte. Holst du den Würfel? Was? Hat das noch einen Würfel? Aha. Puh. Da nicht? Meinst du, das ist... Was ist denn hier hinter? Oh. Dunkelheit. Äh. Ach, da können wir den Laser einleiten. Einführen. Es ist so dunkel hier. Das sieht man kaum. Äh, hier muss der Laser rein. Ich... Der Laser kommt gleich. Äh, ich hoffe mal nicht. Da stehe ich gerade im Weg. Achso, der kann ja auch gar nicht kommen, weil... Du meinst, das Lace-Ohr? Äh. Der kann ja überhaupt nicht hin, weil... Kann man... Muss man das da auch in die Würfel stellen? Das hatte ich auch gerade gedacht. Wahrscheinlich, ne? Also, das werde ich dann mal. Ja, ähm, mal... So. So, ja, ja. Au. Au. Verdammt, das war doch. Warte, ich halte ihn hoch. Ich halte ihn mal fest. Ich halte ihn hoch. Kann ich ihn runterlassen? Ja. Duut. 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 Ja, ein bisschen muss er noch nach hinten. Äh, hm. So. So, 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 so. Ja, stell den hin. Zack. Ich mein, äh... Komm. Stell den auf. Ja, es läuft. Läuft. Was hat uns das jetzt gebracht? Äh, äh, äh. So. Ich komm. Das heißt, ich hab jetzt keine Portale. Hier hinten müsste ein Würfel rein, ne? Übrigens. Ja, hab ich auch schon gesehen. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt gar totalen Mumpitz gemacht. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Ich weiß nicht mehr, was passiert. Ja, das ist die Frage. Was ist eigentlich passiert? Ich, äh, bin auch nicht, äh, ich kann nicht, äh, hier... ...böne Portale setzen. Portale. Oh. Da hinten ist ja auch noch was da oben, ne? Gewesen. Wo? Wo da hinten oben? Da, wo wir gerade waren. Meine ich, oder ist das zu... Ich weiß es nicht. Da oben kamen ja auch noch hin. Da oben. Da. Oh, Mann. So eine zweite Ebene. Dann geh ich einfach mal zu dieser zweiten Ebene. Das ist immer dieser Pseudo-Französisch-Akzent, der irgendwie, ja... Hier haben wir noch einen Würfel. Was? Wo haben wir noch Würfel? Ich schmeiß dir mal einen Würfel runter. Wo haben wir denn noch Würfel? Ah, ich hab Würfel-Schätzlein. Oh, was? Wo ist denn? Wo bist du denn? Hier, bitteschön. Hier. Weil, wo bist du? Alter, oben. Hä? Soll ich dir auch noch mal gucken? Achso. Ich schmeiß mal den Würfel hier rein. So, hier sollte man wahrscheinlich nicht drauf springen auf das... Katapult. Da oben auch nicht hin. Was ist denn da oben noch ganz? Da oben. Oder was passiert, wenn du den Würfel da rein würfelst? Hier, wo ich stehe... Ja? Da ist diese Schräge aufgegangen, falls du gerade guckst. Da ist eine Schräge, das... Ich weiß aber nicht, was die bringen soll, weil das ist nicht meine Portalfläche. Oder? Nicht. Ich seh's gerade nicht. Ich versuch gerade mal... Ich würde gerne hier... Doch, ist es eine Portalfläche. Ja, wäre auch sonst recht sinnlos. Ich kann hier leider keine Portale gerade setzen. Es sei denn, ich... Mach die gleich noch mal neu. Verstehst du? Ich verstehe. Ich fühle mich gerade so gebunden hier. Deswegen mache ich das noch mal eben weg. Ist irgendwas jetzt gerade ausgegangen? Hier ist ein Knopf. Was passiert? Ich drück da mal. Ist was passiert? Äh... Mach nochmal. Der ist jetzt... Der ist eingedrückt, oder was? Dauerhaft eingedrückt. Okay. Zumindest luckt es so. Ach hier, hier ist jetzt die hier. Wo du gerade warst. Wo du gerade warst. Da ist die... Ah, ist aus. Der Tod ist aus. Jetzt ist er wieder an. Der Tod ist wieder an. Verdammt. Ah, Tod. Was todst du mit mir? Äh... Ich springe einfach mal hin, ne? Ja, aber da kann man ja auch anders. Da kann man ja auch so einfach hin, oder? Irgendwann. Wie fliegst du denn da hin eigentlich? Ich muss... Hier ist ja eine Portalfläche. Ich muss da an die Schräge dann... Ah, okay. Das ist hier überhaupt kein Problem. Äh... Doch, es ist... Funken. Haha. So, ich muss warten, bis das aus ist. So. Ich muss in der Luft agieren. Wirst du das machen? Ansonsten könnte ich das auch übernehmen. Äh, ich probiere es einfach mal. Du... Deine Dinge... Äh, das war falsch. Falsch. Vollkommen falsch. Ganz falsch. Jetzt muss ich nochmal warten. Komm raus. Also, raus. So. Ähm... Das heißt, ich mache hier. Gleich geht es wieder an. Ich muss überhaupt nicht schnell sein? Gleich geht es wieder an. Gleich geht es wieder an. Quatsch. Das geht nicht wieder an. Das geht gleich wieder an. Hui. Hui. Hier hat man echt auch so hoch... Oh, das hat... Meine ich doch. Haha, Turm. Hier hätte man auch so hochkommen können. Ja, sag ich doch. Ja, ist ja albern. Ja, ist doch die ganze Zeit. Das ist ja ach, das ist ja... Da hätte man einfach hier oben ran. Genau, so. Ja, aber ich meine... Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Was ist hier oben eigentlich? Das sagen wir auch ständig. Ich meine, das sieht mit den ganz weißen Flächen natürlich hübsch aus, aber das bietet zu viele Möglichkeiten. Ja. Ne? Falls du verstehst. Ich verstehe. Das mag ich an dir. Ja. So. Hi. Äh, da ist noch ein Würfel. Und da ist ein Turm halt, ne? Falls du den siehst. Ja. Rennst du da hin oder renn ich da hin? Eindeutig. Äh, sch. Der kann doch nicht beide sterben. Du musst erst mal warten, bis er sich wieder schlafen geleght hat. Achso. Nö, wir sind einfach weg. Tschüss. Da unten sind noch mehr. Oh, das Wasser. Möchtest du einen Herzchenwürfel haben? Ja. Oh, da ist er. Oh, den selber. Knuddeln. Knopp macht Knopp. Knopp macht Knopp. Knopp macht Knopp. Knopp macht Knopp. Ja, der macht Brücke. Das ist doch das, das, äh, Geräusch, wenn man da drauf drückt. Dann macht es doch immer Knopp. Achso. Hör doch mal genau hin. Geht nicht. Dann musst du in der Vergangenheit gerade mal hören. Okay, ich hör, warte, ich hör mal zurück. Ja. Stimmt, du hast recht. Ähm. Sag ich doch. Ja, die Dinger müssen weg, fände ich sympathisch. Ja. Das heißt aber. Die können ja, äh, nee, können wir nicht. Du weißt, was das heißt, ne? Was heißt es denn? Äh, wir müssen, kommen wir da unten, dann ist da eine Fläche? Nee, ist es nicht. Warum ist es keine Fläche? Ja, wir müssen da halt irgendwie hinter, glaube ich. Ja, das kann ich ja einfädeln. Ich setze dir hier oben ein Portal. Springe hier runter und setze über dem ein Portal. Und du kannst dann. Ja, das heißt, ich gehe da schnell durch. Und reiße den weg. Genau. So, ich, warte, ich setze hier gleich ein Portal. Ich glaube. Ja, ich stehe hier am Ausgang. Äh, äh, da. Ah, äh, da. Hi. Hast du ihn? Tschüss. Oh. Ist nicht so tief gefallen, wie ich wollte. Also nicht so, wie ich tief fallen wollte. Das Ding. Ich habe ja noch meine beiden Portale da oben. Da unten ist ja noch einer. Da springe ich jetzt mal eben hin. Da oben ist auch noch einer. Hi, das Wasser. Oh, das war knapp. Ja, lass ich ja. Tschüss. Da ist noch einer. Ah. Ich kann gerade nichts sagen, weil ich fast niesen muss. Das möchte ich euch dir und euch nicht antun. Ich, äh, danke dir dafür. Ich bin wieder da. Huiuiui. Ja, du bist wieder da. Ich war nie weg. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. War da nicht gerade noch Laser? Nee, da. Hä? 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 Ich würde gerne irgendwo runterfallen können, oder? Ich würde gerne irgendwo runterfallen können, also dass ich Schwung habe. Äh. Es dreht sich denn nicht. Kommst du... Hier oben ist auch noch ein Ding. Ja, da kommt man da hinten. Da ist auch eine Fläche. Hier kann ich sogar... Da ist eine Fläche? Ja. Geh mal durch mein rotes. Äh, wo ist denn ein rotes? Da ist es. Da sind, äh... Dann hier mein rotes. Eine Etage tiefer. Alles schön. Und hier sind Turrets. Ah, das ist blöd. Das ist, äh, sehr blöd. Ach, da ist eine Scheibe. Kann man das da rüber schmeißen? Ahaha. Ähm. Ja, das haben wir gut gelöst. Ach, hier ist noch anderer Mr. Turtle. Er fliegt. Oh. Er fliegt. Er sagt Fehlfunktion und da steht Aua. Heißt das jetzt immer, wenn jemand Aua sagt? Äh. Was? Ja. Ja. Dass er eine Fehlfunktion hat? Ja. Dass genau eine Fläche nicht beweist. Was? Habe ich schon einen Witz mit der Beweislage gemacht? Nein. Oh. Ist auch blöd, wenn du ihn jetzt bringst. Ja. Ähm. Was müssen wir eigentlich tun? Wo ist eigentlich der Ausgang? Was machen wir hier? Ich... Hier muss eine Kugel rein. Wir müssen eine ruhige Kugel schieben. Okay. Ich find aber keine ruhige... Ich seh keine ruhige Kugel. Ich wüsste auch nicht. Wo die ruhige Kugel herkommen sollte. Äh. Das weiß ich auch. Kann man nicht. Wieso? Da unten war... Ne. Wo war... Doch da unten war noch. Komm ich hier rüber gehüppt? Äh. Da bekommst du einiges. Du kannst dann gleich in das blaue springen. Wenn... Denn... Äh... Jetzt... Mit Schwung bitte. Mit Schwung reinspringen? Ja. Äh... Und dann zum Ding. Geht's wer da? Ich will... Ohne Schwung. Ja. Sehr geil. Auf den Würfel ist? So. Du schämst dich jetzt. Noch jemand da? Halala. Ein Knopf. Wir kriegen bald Kilometergeld hier. Fände ich gut. So. Ein Knopf für so viel... Oh. Da oben ist der Ausgang. Und da ist ein Turret. Ist ja egal. Da ist ja halt ein Turret. Wir gehen ja beide hin. Uh. Du gehst links. Ich rechts. Dann kriegen wir beide aufs Maul. Ist ja egal. Wieso ist das egal? Aber wo kommen wir dann hier wieder her? Kommen wir denn da irgendwie anders? Sollen wir da oben? Wir müssen da ja hin. Oder wir können... Haben wir... Noch was dabei? Hatten wir nicht irgendwo einen Würfel hier? Ähm... den Herzchen würfeln. Meinst du? Ja. Wo hatten wir den denn nochmal? Warum steht denn das andere in der Ecke hier? Ist ja auch albern. Na? Kommen wir... Ich schmeiß das Ding einfach ab. Mit seinesgleichen. Das könnte nicht gut funktionieren, aber es äh... Klappt. Bestimmt nicht. Ich werd live dabei sein. Ja, klappt das. Wüsste überhaupt nicht sein. Der Anfang war doch schon mal schön. Wir können ja auch einfach rüberspringen. Ein bisschen Schwung. Äh... Wir brauchen aber ordentlich Schwung. Das ist ja kein Problem. Hößer! Das hat super funktioniert. Äh, klar, das geht ja. Da oben ist ja Schwung hohl. Aber da fliegen wir glaube ich dann zu weit. Na? Ja. Äh... Aber wir müssen da noch irgendwas aktivieren beim Eingang... Beim Ausgang, oder? Echt? Ich meine neben dem... Nee, nee, nee. Ich bin mir nicht so sicher. Da oben ist jetzt noch was aktiviert. Oder war das so... Oder haben wir das schon anders irgendwie gemacht? Ich weiß es nicht. Weiß ich ehrlich gesagt echt nicht. Wir müssen... Ich würd gern durch dein Gelbes da irgendwie mal wieder hoch... Wir müssen irgendwas aktivieren. Da. Ich bin wieder beim... Beim... Beim Ausgang. Äh... Ja. Mach mal dein rotes hier irgendwo hin, dass man da durchlatschen kann. Kommen wir denn... Da? Kommen wir da irgendwo hin? Irgendwie... Irgendwo... Irgendwann. Alter, Knopf aktiviert das... Ich hole mal den Würfel, ne? Ja. Ähm... Wahrscheinlich stehen wir gleich fest, dass ganz am Anfang wir die Laser noch bräuchten. Die, die wir da umgelangt haben. Aber das glaube ich nicht. Weil es zu weit schon weg wäre. Das wäre ja unrealistisch. Das schadimmt. So, wir machen jetzt ganz was trickiges. Da drauf, meinst du, oder was? Nein. Ich nutze den als Schild. Ich glaube, das funktioniert nicht. Klar funktioniert das. Okay. Wenn du meinst. Das funktionierte schon im Singleplayer. Siehste? Cool. Geil, ne? Allerdings brauchen wir da oben tatsächlich noch was. Genau. Und deswegen müssten wir... Nein, wir können ja jetzt hochfahren. Was ist denn da? Wie, was ist denn da? Ich weiß nicht, was da ist. Na, wir müssen da irgendwie hin. Weil da kommt der, 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 die Linie her. Ja, die kommen wir ja ganz einfach hoch. Ich komme einfach mal mit. Ich schlafe dir einfach mal hinterher. Ach, hier ist ein Ball. Ball, Junge. Ball. Was ist denn da hinten noch? Ein Ball. Ein Ball. Äh, na, 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 na. Ah, hier kann man wieder runterfallen. Wo sollte man da runterfallen? Ah, da waren wir ja gerade schon. Das ist ja albern. Hm. Hm. Wir machen jetzt einfach mal den Ball. Oh, das war zu früh. Verdammt. Wo ist denn der Ball jetzt hin? Der muss doch irgendwo in der Gegend liegen. Äh, wo ist der Ball? Warum hänge ich hier fest? Wo war denn vorher dein Portal? Ich weiß es gerade mal nicht mehr. Das ist das Problem. Ich geh mal hier runter. Ich auch. Äh, da ist er. Da ist er. Wo kommt der hin? Hä? Äh, äh. Wo war denn das nochmal? Stört mich, dass das Ding hier steht. So, kaputt. Ist der so gemein. Ich, ey. Der musste irgendwo hin. Wo war denn das? Äh, ich setz mal mein... Du hast dein gelbes auch seit Ewigkeiten nicht mehr umgesetzt, ne? Nee, aber das ist vielleicht auch gar nicht so... Ui! Ja, das geht ja durch hier. Da kann man ja durch. Muss das nicht da oben hin irgendwo? Sieht schon so verdächtig aus. Meinst du? Ja. Verdammt. Ja, wenn das hier schon so leuchtet. Oder so ne, so ne Ding ist. Ja, ich, ja. Ja klar, ja, hier ist es. Ja, richtig. Ja, richtig. Richtig. Jetzt hat sich auch irgendwas getan. Ja, ja, der Ausgang ist aus, äh, auf. Auf. Wahrscheinlich. Mut' ich mal. So wie das hier durchgeführt wird. Jetzt las der auf. Wurde offen. Hellala, komm ran, Junge. Ja. Ich bin schon direkt hinter dich. Warum? Mondami. Uäh. Das war doch die, äh, der, dieser, äh, 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 Stärkemehl, ne? Was war das? Das war Mondami. Stärkemehl? Stärkemehl? Ja, hier, Dingens. Backstärke. Zeugs. Achso. Ja, komm rein. Achso, ja, Mondami, ja. Ja. Hey, das, äh, hab ich ja jetzt gar nicht erwartet. Die sah so, so, so viel und so aus. Aber ich hab mich einfach mal zurückgelehnt und der Schnitzel, das Schnitzel ist durch die Gegend gelaufen und hat hier alles gelöst. Stimmt, du hast eigentlich nichts gemacht gerade, ne? Nö, 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 nö. Voll gemein von dir. Ja, was? Lässt du mich einfach machen? Ja, naja. Äh, ist halt. Das brauchst du gar nicht so, äh, ungeduldig, so, un, äh, so beschämend hin und her wackeln da an deinem Platz. Ist, ist wie, äh, in, in, äh, jedem Unternehmen, ne? Einige arbeiten, andere nicht. Das ist Gewackel. Ne. Also, ja. Das ist Gewackel auch. Äh, äh, was hältst du von der Map? Was ich von der Map halte? Hm. Ja. Oder was hättest du an Verbesserungsvorschlägen? Weniger, äh, weiße Flächen. Weil die weißen Flächen machen es einem dann noch recht einfach. Ja. Also, es waren jetzt einige Sachen, wo, die wir überhaupt nicht gebraucht haben oder hätten. Nö. Behaupte ich. Wie du halt gesagt hast, ne? Ja, klar sieht das schön aus, ne? Wenn's schön weiß ist. Aber ich sag mal, das, äh, Sprungzeugzeug ganz am Anfang hätten wir nicht gebraucht. Äh, den Laser haben wir auch überhaupt nicht gebraucht, soweit ich weiß. Es sei denn, da ist was passiert, was wir gar nicht vorher angeschaut haben. Aber ansonsten... Ja, ansonsten. Äh, bleib mal stehen. Das sieht so, äh, 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 heldenhaft aus, wenn man dich von unten sieht. Ist stimmt. Es steht nur noch ein flatterndes Cape. Die epische Musik muss da jetzt noch rein? Genau. Habe ich leider gerade nicht. Ich auch nicht. Kann man ja wieder einspielen. So. Genug geepischt. Geht das auch bei dir? Nee, du bist zu klein. Ich seh einfach nicht aus. Ich bin irgendein Nödel, der in der Gegend steht. Guck mal nach oben. So ein bisschen. So ein bisschen schräg nach oben. Ah, na ja. Nee. Da kann man nicht viel rausholen leider. Aus mir kann man echt nicht viel rausholen. Ist ja alles so kompakt verstaut. Ja. Ja, so wie mein ganzes, äh, Geschick. Das ist irgendwo anders. Komm, komm, komm. Verstaut. Komprimiert. Und das passende Entpackungsprogramm nicht da. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Ja. So. Äh, zu viele Türme. Waren hier gar nicht. Nee. Waren eigentlich nur... Es waren schon mal mehr. Ja, das stimmt. Aber egal. Von dem, äh, farbenfrohen Fehler. Das stimmt. Oder Käfer. Aus dem Vormittelalter. Vormittelalter, genau. Genau. Wie hießen das da eigentlich davor? Ich bin ja mal so überhaupt nicht der Geschichtsmensch. Ich auch nicht. Politik, Geschichte und solche Sachen. Damit kannst du mich jagen. Nee. Äh, 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 Geschichte ist ja eigentlich alte Politik. Ja, richtig. Na, aber das ist, äh, gehört hier nicht her. Nee. Hier, wir haben keinen Bildungsauftrag. Nicht. Haben wir nicht? Also in keinster Weise. Nee, stimmt. Haben wir nicht. Aber ihr lernt ja trotzdem was. Wir haben noch nicht mal überhaupt einen Auftrag. Nee. Doch. Wir stehen im Auftrag der Community, ja, hier, äh, Portal-Maps zu lösen. Und ein wenig Unterhaltung in den tristen Alltag zu bringen, der durch ein farbenfrohes Spiel namens Portal, äh, verschönert wird. Ja, zumindest vier Farben, ne? Ja. Eigentlich ja, ja. Und, äh, farbenfrohe Figuren, die hier durch die Gegend starkern. Meinst du da mit etwa uns? Ein bisschen meine ich da mit uns, ja. Ja, gut, äh, ich freu mich. Du, du, du klingst so beflügelt. Ja, ich bin total beflügelt. Wie ein Chicken Wing. So, wir hören auf. Ja, wir, wir, wir hören auf. Ja. Wir wünschen euch was. Ich, ich hab nicht das letzte Wort. Tschüss. Okay, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.